Das Projekt TELEDERM will es besonders Patienten im ländlichen Raum erleichtern, eine dermatologische Beratung einzuholen. Den Gang zum Hautarzt sollen sie sich in Zukunft sparen können, indem Aufnahmen von Hautveränderungen online an Dermatologen übermittelt werden. Durch das Projekt TELEDERM soll sich für AOK-Versicherte in Baden-Württemberg in Zukunft so manches ändern. Das Projekt will das sogenannte Telekonzil-Verfahren im Bereich Dermatologie einführen. Die elektronische Befragung eines Facharztes über einen Patientenbefund. TELEDERM ist ein Projekt, in dem es darum geht, dass wir den normalen Überweisungsprozess vom Hausarzt zum Hautarzt, also Dermatologen, ersetzen durch ein Telekonzil. Das heißt, der Patient kommt zum Hausarzt, hat einen Befund an der Haut, der Hausarzt würde jetzt den Patienten überweisen und nun macht er ein elektronisches Konzil. Das heißt, es wird ein Foto gemacht und wichtige Angaben dem Dermatologen übermittelt. Und der befundet innerhalb von zwei Tagen dieses Bild und schickt dem Hausarzt zurück die Diagnose und die Therapie. Laut Katrin Tomaschko von der AOK Baden-Württemberg liege der Vorteil von TELEDERM für Patienten besonders in der verkürzten Wartezeit auf einen Termin beim Dermatologen, was eine schnellere Behandlung ermögliche. Bislang betrage diese Wochen und manchmal sogar Monate. Doch durch TELEDERM entfalle der Arztbesuch komplett und die Diagnose eines Befundes liege innerhalb von ein bis zwei Tagen dem Hausarzt vor. Um das Projekt zu testen, wurde TELEDERM im Rahmen einer zwölfmonatigen Studie in verschiedenen Hausarztpraxen implementiert. Wir haben erstmal die Machbarkeit gezeigt, sowohl dass es technisch möglich ist und wir haben innerhalb von zwölf Monaten haben 41 Hausärzte 516 Telekonzile in Auftrag gegeben, die konnten befundet werden. Und die Patienten haben so innerhalb sehr kurzer Zeit, ohne den Weg zum Dermatologen antreten zu müssen, ihre Diagnosen gehabt und es konnte ihnen eine Therapie empfohlen werden. Auch beim Thema Datenschutz müssten sich die Patienten laut Tomaschko keine Sorgen machen. Bei TELEDERM haben wir sämtliche Anforderungen des Datenschutzes berücksichtigt. Wir haben einen ausführlichen Datenschutzvertrag abgeschlossen, haben auch mit mehreren Datenschutzbeauftragten gesprochen, sodass hier die Datensicherheit oberste Priorität hatte. In den nächsten Monaten gäbe es zunächst noch einige technische Hürden- sowie Vergütungsfragen zu klären, bis TELEDERM in den nächsten zwölf Monaten für alle Versicherten der AOK Baden-Württemberg eingeführt werden soll.